Gesundheit. Danke. Alles okay, Sammy? Nein. Boah, Zwerg, nicht auf die Schuhe. Nein, das ist ja vorher noch nie passiert. So k-k-k-k-k-k-k-k-kalt. Sammy verträgt die Minos gerade nicht. Wir müssen ihn wärmer halten. Er saß ja schon in meiner Jackentasche. Ganz toll. Kaum bin ich mit euch unterwegs, geht irgendwas schief. Dabei warst du es doch, der es nicht abwarten konnte, endlich eine Geschichte zu hören. Lust auf mehr? Dann hör dir jetzt die ganze Folge auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube an.